Hallo, der kommt zurück, der ist Parisian-Liebe 6, also dann. In der letzten Zeit haben wir gegen Simons gekämpft. Jetzt wurde vor der Zug vom Bolivu versenkt. Ja, die sehen Geräusche, wie wenn der Mehrstandsnetter abwundet ist. Oh, schau, könnte ich hier wieder dazu sein, oder eine andere militärische Organisation. Na, so müssen Sie heute in Sicherheit zu bringen. Ist das vorbei? Ja, das ist vorbei. Einmal werden die Fahrzeugenergie zu Fuß. Na, super. Ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle Sie zum Flugzeug durch. Das ist nichts Gutes. Leon, Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet, verdammt! Au, es ist nicht gut, dass keiner gesehen hat. Scheiße, Jens ist ein Bewohner. Au, der Virus, wie es aussieht. Scheiße! Aber er hat dann diffiziert. Heilige Scheiße! Au, nein! Was ist das Virus? Nein, nein! 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 Aus dem Rufs, aus dem Grund, soll es man die Räume betonwenden. Man scheint, die Räume glaswenden, weil die es vielleicht nachgeben. Okay, dann... ... ... ... ... ... ... ... runden so okay also anschauen dass wir das jetzt wissen können also sachen die benutzen gemerkt also hier oben können wir nicht verbessern der verteidigung da ist halt da oben na vielleicht haben wir uns noch einiges an punkte frische treffer wohl auch und ja dann dann würde ich mir sagen machen wir weiter leon leon alles klar aber es sieht schlecht aus sehr schlecht chaos hoch 7 super schlimmer und jetzt du musst zwei geiseln aus einem unterwasser ölfeld retten agent cherry bergen und jake müller westersohn 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 chris er hat antikörper für das c virus verstanden ich werde es tun da ist gut klar warum danke ich muss dir noch etwas sagen jene gespannt da ist für die was bestimmt recht hart ich stehe auf ada von daher chari und jake brauchen mich dass sie nicht im stich ist alles ok finden wir die überlebenden und dann nichts wie weg hier ok also leon schätze nicht so sehr mitzunehmen aber jetzt ich stehe hey was zur hölle machen sie beide da wir müssen evakuieren los wir haben spuren des c virus im gas test gestellt erscheint dasselbe gas wir wollen dort nach evakuierten suchen moment wir wollen helfen auf geht's habe ich vor klar keine sorge wir machen einen umweg zum turm wir sind auf dem weg zum turm um nach den evakuierten zu sehen wir haben draußen einen wagen wenn ihnen das hilft gut zu wissen wer ist hier drin ach scheiße halt ja schnell er hätte es gas was hat es gas es kommt weiter hey da wo waren sie scheiße oh shit das ist auch jemand das ist auch jemand hier ja ja herr hat er hätte er werden sollen wie ist es dann aus die kacke ist ganz schön am dampfen und das ist noch harmlos ausgedrückt wir sind auf dem weg zum turm um nach den evakuierten zu sehen wir haben draußen einen wagen wenn ihnen das hilft so kombinieren in den behälter so schnell weg hier herr 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 Dreh! Weg hier! Der Lord opfert sich. Viel Glück! Okay, festhalten! Na, soll das sein? In dem Fall. Wo kommt die ganze Asche her? Vermutlich von der Rakete. Alter, der Vater ist doch verduftig. Charlie, Planänderung. Tachi ist Sperrgebiet für Sie. Rückzug, warten Sie auf weitere Befehle. Was? Aber Echo Team ist noch da! Sie brauchen uns! Rückzug, das ist ein Befehl. Wir dürfen niemanden mehr verlieren. Verdammt! Okay, da müssen wir... Da müssen wir wohl abhauen. Cassie, schnell fahren! Halt, aber weiter! Sie wollen uns umzingeln! Wir müssen los! Ich hafte dich ab! Okay... Au... Aber das ist nicht gut. War gut doch! Okay... Also dort... Erfass, du hast ja nicht unterfällt. Aber du hast ja auch wieder gefahren. Ihr tut es ja auch. Okay, also... Was hängt eigentlich... Was hängt eigentlich... Wie hängt eigentlich so schlecht aus? Bis jetzt einer der da... Was hängt eigentlich in der Team... Also... Hä? Was? Der Turm ist gleich da vorn. Lassen Sie beide weiter. Aber so... Was hängt jetzt wieder weiter an? Mal sehen, was von meinem Team noch übrig ist. Der will... Der will übrigens noch retten. Passen Sie auf sich auf. Okay, verständlich, dass ich mich noch retten will. Ähm... So... Hä? Aufschießt du da? Okay, also irgendwie müssen wir da vorbei. Nur wie? Alter, wird versperrt. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Ach so. Er hätte er vorher gewusst. Komm doch mal, schau schnell her nach. Ah. 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 Als wenn ich so mit das Wasser reinkommen würde. Ah. Alles gut, Panzer. Da kommt die gleich durch. Obwohl... Durch die Scheiben schon. Ah. 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 Oh, fuck. Oh, fuck. Leon, das ist... Ada, ich dachte, sie wäre tot. Mist, es sind zu viele. Leon, da lang. Leon, Leon, hören Sie mich? Ist alles okay? Ich lebe. Aber ich höre, das wird alles noch schlimmer. Ich lebe mich runter, so. Also, weiter geht's. Hatten wir die finanzielle, der öfter geht schon schneller, also der findet schon langsam. Der hat's wohl erwischt. Okay, weiter. Der hat die Messerung gebracht. So. So. Oh, wo ist Kaut? Äh. So, wegwerfen? Ja. Friss das! Hä? Ich weiß, dass ich das noch nicht anhaben. He got it. Super. Okay, die haben wir hier nichts. Na super. Das ist nicht so, Larris. Das sind wohl nichts. Ja, gehen sie einfach geradeaus weiter. Ey, alles getan würde ich versorgen. Pump gun Puffels hat zu haben Au fuck Oh Rück gehabt Oder auch nicht Au shit Einfach gedrückt da und nicht gedrückt halten In dem Fall Den Vogel schließt ja und kenne ich ja schon Weg da du Dreckzombie Runter jetzt hier ins Feuer Ja Hier wo du dich nicht mehr störst Warte Shit Mit Meteotiz Lass die uns Lass die uns Lass die uns nie Lass die uns nie In der Die uns Ja Also Ach, Schande. Ach, ja, also. Oh, jetzt sind wir los. Wow. Oh, Schande. Okay. Wenn ich gleich eine... ...Milknotize, ich hätte eine Helfe gehen sollen. Dann wird bei mir aufsteuert. Oh, jetzt bin ich auf der Lark. Oh, oh. Ich bin so schnell. Oh. Oh. Knapp. Auf die ich wohl einige Zubisonen vermutlich erwischt. Weißt du, einige waren. Hä? Geh doch. Okay, weiter geht's. Ach du. Ja, den Turm. Ähm. Ich denke, ich habe eine neue Umbrella. Ähm. Ist es etwas wie unter? Ja. Ja. Gutes wissen. Hm. Noch nicht genug? Doch, äh. Hast du nichts zu überstanden hat? Wer hat es mit den Netzen gesetzt? Halt, du. Passt, äther. Äther, schieß! ich hoffe sie haben freunde im jenseits hier wird sie niemand vermissen aus dem thema ist warum er jetzt nicht warum krusseleide geturlt hat hat erfahren wir ihm gleich krusseleides kampagnen ach du schande aber während der kampagne fach du schande scheiße schwebte bist du wahrscheinlich genauer komm schon fertig die augen werden sie nicht mehr die 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 wie kann aber ist die die weil die Geil, das war aber Spaß! Das sind die Autos, das ist super! Das war's, das war's! Das war's, das war's, das war's! Das war's, das war's, das war's! Scheiße! Das kann nicht sein! Oh wie, das kann Cements! Du sch***st! Du sch***st! Hatsinn! Oh! Ja! Ja, super, ich kenne, ich kenne gar nicht, passiert's! Wenn ich ganz ehrlich bin! Ich bin der Ruhmüll! Konzentration! Wir erledigen ihn! Das kann nicht sein Oh, wie ist eigentlich Hans-Simmons Geh ja nicht da, verdammt Oh, fuck Hallo, wir sind Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Das ist für mich. Gut Floyd, das sehe ich gut. So ich spiele so, dass wir uns voll und trinken quer. Wir wollen少 was machen. Sorry Helma, boi es sind so bei der Vision Wir sehen jetzt erst mal, dass du was geht, ja, dann wollte ich den nicht behangen. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Was ist das? Auf dich, ich liebe dir! Ich kann verdammt sein, ich zeige nicht, wenn ich verdammt bleiben soll! zum hallo hallo Paul, ich habe eine Böchstanzkraft, ich habe keine Böchstanzkraft, ich habe keine Böchstanzkraft, hallo, ich habe die Idee Scheiße ähm, ist er tot? Ja, ich habe eine Böchstanzkraft, ich habe die Ecke Sie fliegt aufs Dach. Einmal schließt sie auf die Schwachstelle, denn ich glaube, dass sie jetzt schon tot ist. Ach, nichts. Los geht's. Aber so ein Thema, dass Aida Wong tot ist und warum wir Aida eben noch nie getroffen haben, dass er die Junde erfahrt ja schon noch. Nach Chris und Aida in der Pange werden die Junde schon wissen, würde ich sagen. Es ist mehr als eine Freundschaft zwischen ihnen, nicht wahr? Sie sind verliebt in sie. Okay, ich bin ein bisschen, wenn ich eine weitere Frage öffnen, die ihr dann... ...die ihr dann... ...wählen, die ihr dann erst erfahren werdet. Ach, egal. Ihr werdet schon merken. Wow. Heißt der Punkt jetzt an. Gucken Sie lieber nicht runter. Hatte ich nicht vor. Ja, in dem Fall bin ich unterhoben. Sollte ich ja Höhleangst habe wie ich. Hoffentlich passiert das nicht noch. Ah, hoffentlich nicht. Sch... ...Simmons! Er lehnt es wieder. Aida! Sie ist unten! Ach, das ist der Falleherungsgewehr. Aida! es war die weiche schalte annimmt der das nicht mehr wie er sich mit der menschen gestellt hat die schalte hau ist nicht wenn wir hier schalte annimmt wow oh fuck hey hey oh shit oh shit ja 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 hier hat der behelter so shit ja 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 helena ich brauche Deckung ja 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 ich nicht durch ja aber hier wird sich auch eher zu schützen erlebt habe nur die augen entspannt einschlafen bei der arbeit wo 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 fuck ein ganzer Wir wollen nicht feinig mit dir, Sinens! Du, krass! So, komm schon wieder auf, Sinens! Aber... Scheiße! Ey, nachher! Hält dir nachher endlich zu nennen! Scheiße! Au! Arsch! Au, fuck! Ja, Sinens! Ja, Sinens! Oh, shit! Au, verdammt Sinens! Wollen sie leben? Dann betteln sie um ihr Leben! Hey, da war er, du schießt! Man kriegt nicht immer, was man will, Sinens! Nein! 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 Hier, Schluss! Und du hast ihn nicht aufgenommen! Deines stunts! Am son hasütbike, was du aerospace überlebt!? Nur teuesten im Flugzeug überlebt! Oh! Äh! Ah! Tja! was willst du warum hilfst du uns es tut mir wirklich leid aber ich muss jetzt los auf dem dach finden sie mein abschiedsgeschenk wir sehen uns wieder naja wenn wir zusammenarbeiten würden die wir zu zweit Und die Wölfchen, ja damit die Welt jetzt teilen wir zusammen. Also meine Hanno, wir sollen leider nur allein spielen. Ich glaube, wir haben andere Sorgen. Ich meine, wir sind alle ein. Ha, du Schande. Der geht immer noch. Genug ist genug. Ich höre die Zeit, der Sven. Endlich kriegen sie, was ihnen zusteht, Senna. Sie ist noch am Flecken in der Fälle frei. Boah, Mann, ey. Jetzt haben wir's mehr für die Zombies. Er versperrt den Ausgang. Du musst tun, wir etwas dagegen. Ja. 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 Schau. Ja. Das dachte mir letztes Mal auch. Okay, was haben wir hier? So, ich denke, es ist... Okay, wo geht's? also was fast Alter, hier ist das ein riesiges Flieger, Alter. Zwei Verzirkt-Augen. Zwei Verzirkt-Augen zu sein. Die beiden Seiten-Augen stehen aus sonst wie wirklich kleinen Augen. Ist er viel, ist er so? Der ist auch schon 10er Spinner, mein Mensch. Das ist übel, wir müssen zum Helikopter. Bei, ich bin fein, ich bin endlich. He, 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 he. So. Schon wieder. Ach, du Scheiße. Das ist jetzt so großartig als davor. Der hält sich auf jeden Fall. Okay. Okay, wir müssen den Mistkerl runterholen. Solange er in der Luft ist, gehen wir nicht vorhin in den Helikopter. Kann ich zulassen, dass er uns aufhält? Ich erwische ihn nicht. Das ist so großartig als davor. Ich weiß, es ist so großartig als davor. Oh, fuck. Ich bin jetzt hier ein, ich bin jetzt hier ein, ich bin jetzt hier ein Shazer Come shot me Motherfuck Motherfuck Nein verdammt Du hast alles gemerkt So Aua 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 Ma Aua And U Oh N Aua Oh, oh, oh! haua verdammt Ah hei zoon Oh fuck Geh! Fuck. Das ist übel, wir müssen zum Helikopter. So, wegwerfen, ja, gleich jetzt will ich es gar nicht mehr, obwohl, wisst ihr was, ähm, aber jetzt über, ich werde jetzt erstmal einen Cut, bis zum nächsten Video, bis dann Leute, ciao.